Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rogue Company. Ja, eine weitere Saison neigt sich dem Ende zu und es ist auch schon bekannt, was in der nächsten Saison so ungefähr kommen wird. Es wird zum Beispiel einen neuen Event Pass geben, aber auch andere Änderungen. Zum Beispiel wird es ein paar Rogue Änderungen geben, ein paar Waffen Änderungen, Gadget Änderungen und darüber sprechen wir jetzt. So, die nächste Saison heißt Virtual Horizons, virtueller Horizont auf Deutsch, 1 zu 1 übersetzt. Und dieses Update, das Virtual Horizons Update, wird einen neuen Event Pass mit sich bringen und ein paar Balance Changes. Und anscheinend nicht mehr vorerst, was doch irgendwie ein bisschen schade ist. Jetzt wird es langsam mal an der Zeit, dass der neue Rogue Roadie rauskommt. Aber gut, vorerst bleibt es mal bei Rogue Änderungen. Unter anderem gibt es eine Änderung bei Glitch. Die Pistole von Glitch, hier die Executioner, die Standardpistole, die Executioner, wird ersetzt durch die A3 Salvo. Die bisher, oder bei einer langen Zeit jetzt, nur von Scorch und Seeker getragen wurde. Tja, und das war's mit Glitch. Saint bekommt auch eine andere Pistole. Aktuell trägt er ebenfalls die Executioner. Nach dem Update wird er die Warrant tragen. Die Pistole, die bisher von Sigrid Juke, Fixer und Mech getragen wurde. Damit wird die Warrant ab dem nächsten Update auch von einem Rogue getragen, den man sich nicht erst freispielen oder kaufen muss. Ist nicht schlecht. Ist vor allem eine sehr, sehr gute Pistole. Die man dann auch theoretisch von Anfang an schon frei hat, weil man die Pistole ja auch meistern kann. Ja. Und dann gibt es noch eine Änderung bei Runway. Runways Semtex. Runways Semtex wird ersetzt durch eine Rauchgranate. Wahrscheinlich die normale Smoke. Wahrscheinlich die normale Smoke, wie sie auch von unter anderem Saint und Ronin getragen wird. Tja. Und das waren die Rogues. Dann gibt es ein paar Waffen- und Gadget-Änderungen. Die HRM-30KS, das ist hier Trenches Sturmgewehr. Äh, Trenches und Delses, wieder Sturmgewehr. Der HRM-30KS bekommt einen, ja, kleinen Buff. Der Körpertreffer-Schaden wird erhöht von 24 auf 25. Und der Damage-Fall-Off auf den verschiedenen Fall-Off-Ranges wird auch ein bisschen verbessert. Das heißt, die Waffe macht auf alle Distanzen immer noch ein bisschen mehr Schaden. Als aktuell. Dann gibt es eine Änderung bei der D-40C. Das ist hier die Maschinenpistole von Chuck und Sigrid. Die D-40C bekommt folgende Änderung. Das legendäre Upgrade. Das ist jetzt hier aktuell noch dieses. Erhöht Reichweite und keine Treffersicherheitseinbußen beim Springen. Treff-Sicherheitseinbußen. Mein Gott, schwieriges Wort. Dieses Upgrade wird ab sofort das Magazin auf 50 aufwerten. Aktuell hat die D-40C durchgehend ein Magazin von 50, also 50 Schuss. Das werden sie jetzt aber wieder zurückändern, dass sie standardmäßig nur noch 40 Schuss hat. Macht auch irgendwo ein bisschen Sinn. Die D-40C. Ja, sie wird standardmäßig 40 Schuss haben. Und erst das legendäre Upgrade wird machen, dass sie 50 Schuss hat. Und diese Treff-Sicherheitseinbußen beim Springen, dass das wegfällt, das bleibt auch noch beim legendären Upgrade erhalten. Was aber wegfällt, ist die erhöhte Reichweite. Die wird hier komplett rausgenommen. Das heißt, sie hat dann durchgehend eine Maximalreichweite von 10. 10 Meter. Nicht mehr 12. Ja, da gibt es noch was bei der Objection. Die Damage Falloff auf allen Ranges wurde ebenfalls hier etwas verbessert. Damit macht sie dann auch auf etwas höhere Distanzen ein bisschen mehr Schaden. Also bis zum Maximalschaden von 12. So. Dann gab es noch eine Änderung bei der A3. Bei Salvo. Der Körpertrefferschaden wird erhöht von aktuell 18 auf 20 pro Kugel. Das heißt, wenn man mit allen Kugeln trifft, wird der Körpertrefferschaden erhöht von 36 auf 40. Und die Sprungtreffsicherheitseinbußen werden auch reduziert. So, dann kommen wir zur Warrant. Bei der Warrant ist es so, die wird insgesamt in der Genauigkeit etwas verbessert. Die Sprungtreffsicherheitseinbußen werden reduziert werden. Der Genauigkeitsverlust pro Schuss wird reduziert werden. Und der maximale Schusstreffsicherheitsverlust wird ebenfalls reduziert werden. Damit ist sie insgesamt genauer. So, und dann gibt es noch eine Änderung bei der Tripmine. Tripmine die Minenfalle hier. Das ist die Minenfalle. Der Standardschaden der Minenfalle wird reduziert von aktuell noch 120 auf nach dem Update 100 Schaden. Und die Effektivitätsrange der Explosion wird auch ein bisschen dem Gadget an sich angepasst. Und das war's. Mehr wissen wir noch nicht vom nächsten Update, vom Virtual Horizons Update mehr. Dazu gibt es dann hoffentlich. Sobald das Update draußen ist, was, denke ich, morgen der Fall sein wird. Weil heute an dem Tag, an dem ich das hier aufnehme, kommt das, also kommt voraussichtlich. Nee. Heute an dem Tag, an dem ich das hier aufnehme, kommt nichts raus. Morgen kommt es raus. Morgen kommt das Update raus. Dann wird das Spiel wahrscheinlich, also das Update wird so, denke ich, um, ich weiß nicht, zwischen 13 und 15 Uhr rauskommen. Dann wird das Spiel wegen Server-Maintains noch, ja, wieder ein, zwei Stunden nicht zu spielen sein. Aber wenn es noch ein paar genauere Update-Infos gibt, dann werde ich die auch nochmal in einem extra Video hochladen. Bisher ist das, bisher genannte, aber das Einzige, was wir über das nächste Update wissen. Und, ja. Wenn es euch gefallen hat, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Ciao.